Ich frag mich halt, wie man so viel Grütze im Kopf haben kann. Sagt mal ehrlich. Also wie kommt man auf so ein Bullshit, setzt sich dann vor die Kamera und sagt das noch in die Linse? Das musst du dir mal geben. Wir gehen rein in eine Reaction von Dummers Gast auf Folge 2. Folge 1 Reaction haben wir ja schon gesehen. Folge 2 müssen wir uns geben, es hilft alles nix. Ach so, auf einer Insel waren die. Hab ich mir fast. Hä, aber hat er doch gesehen in Folge 1, wie hat er sich fast gedacht? Haben wir nicht Reaction auf Folge 1 gesehen, wo er ja gesehen hat, dass wir auf einer Insel sind? Seven vs. Wild. Was, Big Brother? Wie Big Brother? Überleben? 85% mental. Ja. Alter, das ist auch wild geschnitten, ne? Das ist krass. Hä? Regencape oder doch nur Machete? Verstehe ich nicht. Was ist ein Regencape eigentlich? Ist Regencape ein Poncho oder eine Regenjacke? Es geht los. Ihr wisst es, in so einer Situation muss man sich vorbereiten. Deswegen ist natürlich hier ein Notizbuch am Start. Stift und Notizbuch ist am Start. Wenn was Wichtiges dabei ist zum Lernen, weil wir sind ja hier zum Lernen, schreiben wir uns das direkt auf. Okay. Was war das? Ja, mit dem Meinecke wollte ich doch mal wandern gehen. Bei mir hier oben in Nordschweden. Reinen Urwald. So lange wandern, bis das Blut aus den Stiefeln fließt. Kam aber nie dazu. Nee. Warum? Weil ich keine Lust drauf hatte. Weiß der Teufel warum? Naja, weil ich keine Lust hatte. Ja, Marsch und Kräfer, Marsch oder Kräpier, das haben wir schon drauf und das kann man von anderen nicht unbedingt erwarten. Gut, jetzt habe ich mir also heute mal die zweite Sendung oder den zweiten Teil angeschaut von Staffel 2 Panama. Und das Teil dauerte 90 Minuten und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Okay. Ich bin sehr enttäuscht eigentlich. Ich hätte mir mehr erwartet. Okay. Ich habe mir nicht mehr erwartet, aber ich habe schon gewusst, dass es drauf hinausläuft, wie ich es jetzt gesehen habe. Denn das Ganze soll ja irgendwie Survival sein und Survival findet hier ganz einfach nicht statt. Nein, mit Survival hat das nichts zu tun. Kein Survival. Ja. Ist kein Survival. Das ist kein Survival. Ja. Wir haben hier eine Staffel, die heißt Seven vs. Wild. Ja. Die Sieben sind da, Seven sind da, aber Wild ist nicht da. Ne, stimmt. Stimmt. Ah, scheiße. Stimmt, Wild ist doch gar nicht da. Ja, klar. Ah, dass das aber auch keiner von euch mal mitbekommen hat. Es ist doch gar kein Wild da. Hm, na gut, klar. Ja. Scheiße. So, das ist mein Fehler. Das Wilde ist nicht da. Stimmt. Ah. Das Ganze findet, wie gesagt, auf einer Insel statt. Nicht auf dem Festland. Ne, stimmt. Und auf einer Insel. Ja. Ja. Und auf der Saint-José sowieso nicht. Ja. Komme ich später noch drauf. Okay. Da gibt es nichts Wildes. Da gibt es keine Prädatoren. Ja. Da gibt es keine Prädatoren. Also jetzt generell Inseln sind nicht wild oder wie? Ne. Okay. Da gibt es keine Jaguare. Ne. Da gibt es keine Giftschlangen. Ne, ne, Giftschlangen gibt es da nicht. Ne, ne, ne. Krokodil. Auch wenn Sascha das Gegenteil behauptet. Gibt es da keine? Nein. Gibt es. Gibt es nicht. Gibt absolut. Au. Definitiv keine Krokodile. Nein. Hat Jovo es nur gesehen. Hat Otto nur gesehen. Hat das Team mit dem Scouten gesehen. Hat das Team mit dem Scouten sogar gefilmt. Gibt es aber nicht. Gibt es nicht. Ah, ah. Das ist eine Täuschung, Leute. Lasst euch nicht immer verarschen. Es gibt keine Skorpione. Es gibt keine. Ha, ha, ha. Es gibt keine Skorpione. Ja, scheiße. Da habe ich sogar selbst mit eigenen Augen gesehen. Das ganze Team, kann das sogar bezeugen, hat Jovo es nämlich aufgedeckt, als wir dort gelandet sind. Eine Stachelrocken, die die stechen. Es gibt keine Zitterahle. Es gibt keine reißenden Flüsse. Es gibt keine Gefahren auf der Insel, wo man sagen kann, das ist wild, das ist wild, das hat was mit Survival zu tun. Ich frage mich halt, wie man so viel Grütze im Kopf haben kann. Sagt mal ehrlich. Also wie kommt man auf so ein Bullshit, setzt sich dann vor die Kamera und sagt das noch in die Linse. Das musst du dir mal geben. Da muss jemand ganz klar an der Dehydration leiden oder an irgendeiner Störung oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Es tut mir auch ein bisschen leid. Aber ich meine, wie kann man denn so abseits der Realität leben? Also das ist so extrem, dass es mir echt schon leid tut. Irgendwo wird da der Zuschauer veräppelt. Denn das Ganze soll ja sein, Seven vs. Wild, wir überleben in der Wildnis, findet nicht statt. Nee. Don't happen. Rien. Nothing. Rien, aber blühen, nichts geht mehr, Alter. Nada. Ja. Ich frage mich halt, also wirklich Real Talk, warte, wir brauchen mal ein anderes Standbild. Ich frage mich halt Real Talk, wie kommt der auf sowas? Also wie kommt der auf diese Aussagen? Wo entstehen die? Entstehen die, weil er selbst da war? Nein, er war ja nicht da. Ich meine, selbst wenn du da gewesen wärst und siehst jetzt zum Beispiel in deinem Aufenthalt kein Kroko, heißt ja nicht, dass es keine Krokos da gibt. Aber wo entsteht das? Wo kommt das wirklich her? Das frage ich mich. Hat er sich jetzt belesen und nimmt das als Quelle? Oder weiß ich auch nicht. Wie kann man so eine Grütze labern? Ja, und by the way, es gibt auch keine Anacondas wie auf dem Festland. Und ich hätte mir das alles ein bisschen gewünscht, dass man hier wirklich eine Serie macht, wo Männer sich behaupten können mit all diesen Gefahren, die ich gerade aufgezeigt habe. Aber die gibt es nicht. Wir befinden uns im Spieleparadies Panama. Ich würde sagen, westlich von Panama City, im Meer, im Ozean, auf der Insel Saint-José. Würdest du sagen, das ist in der Folge bekannt gegeben, also das hat nichts mit, würdest du sagen, diese Information existiert offiziell und die weißt ja auch du. Und auf dieser Insel, die relativ klein ist. Die ist fucking 44 Quadratmeter groß und somit eine der größten Privatinsen der Welt, mein lieber Thomas. Schlecht recherchiert. Sehr schlecht. Gibt sogar ein Hotel. Ein Hotel mit Namen, ich habe es hier aufgeschrieben, Hacienda del Mara. Ja, das ist unser Basiscamp. Das muss man machen, um sowas überhaupt stemmen zu können. Dass es auf diesen Inseln keine gefährlichen Sachen gibt, das weiß ich selber. Ich war nämlich 85, 86, 85, 86, ja, auf den Ilas Pineros. Okay, das kannst du doch keinem erzählen. Das kannst du doch keinem erzählen. Er war jetzt hier im Karibischen Meer, hier irgendwo, keine Ahnung, Puerto Rico und daher weiß er jetzt, dass es auf dieser Insel keine Prädatoren gibt. Das ist sensibel auf dem gleichen Breitengrad, nur auf der anderen Seite. Breitengrad. Warte noch mal, warte noch mal, warte noch mal. Also wenn das auf dem gleichen Breitengrad ist, mein Lieber, dann würde ich aber bei der Fremdlegion nochmal ausbildungstechnisch das Thema Karte Kompass und Koordinatensystem nochmal neu angehen, wenn das auf dem gleichen Breitengrad ist. Schwierig. Das weiß ich selber. Ich war nämlich 85, 86, 85, 86, ja, auf den Ilas Pineros. Das ist sensibel auf dem gleichen Breitengrad, nur auf der anderen Seite, also östlich, bei Puerto Rico. Wir waren da mit dem Navy Seal Team 4 unterwegs, haben dort taktische Gefechtsausbildungen gemacht, Einsatzgrundsätze geübt für Gefecht im Dschungel mit dem Navy Seal Team 4 und die Ilas Pineros war genauso groß wie diese San Jose und von daher wusste ich, dass es hier also gar nichts gibt, was gefährlich ist. Ah, jetzt verstehe ich das System. Leute, das können wir uns mal aufschreiben. Also generell, wenn die Insel die ähnliche Größe hat, flächentechnisch, dann ist es auch das gleiche mit den Tieren, wisst ihr, was ich meine? Das ist das Learning, was wir da rausziehen. Klar, das war flächenmäßig doch identisch. Natürlich, weil das Kroko sagt sich doch, ja, also, das Ding ist einfach nicht böse, aber auf der 33 Quadratmeter Kilometer großen Insel, da gehe ich nicht hin. Ich gehe maximal ab 80 Quadratmeter. Das musst du dir vorstellen, wie wenn jemand jetzt so einen gewissen, einen guten Job hat in Deutschland, vielleicht ein Arzt oder sowas, ein Rechtsanwalt, der sagt sich auch, also in die 17 Quadratmeter Studentenbutze gehe ich aber nicht rein. Das ist ungefähr so das Gleiche. Jetzt verstehe ich das System. Das checkt das, das schwimmt, das ist eigentlich doof, das Krokodil. Das schwimmt das einmal ab, sagt, ey, sei mir nicht böse, aber auf diesen kleinen Drecksfleck habe ich gar keinen Bock. Und jetzt lese ich euch mal einen kleinen Text vor. Oh, das ist schön. Den ich auch gefunden habe auf Französisch. Wenn ich denn das Teil finden würde. Kennt ihr die Lehrer, die, kennt ihr noch die Lehrer von damals, die ihre Finger mal angeleckt haben, um euch die Arbeiten oder um irgendwelche Mitschriften und Arbeitsblätter auszuteilen? Und du hast immer gehofft, weil die haben immer nur bei jedem dritten Blatt, haben die angeleckt. Haben die mal angeleckt und du warst immer in der Hoffnung, oh, hoffentlich kriege ich nicht das ekelhaft angeleckte Blatt. Hoffentlich kriege ich eins von den anderen. Und dann schön. Und du dachtest dir so, Drecksau. Will ich nicht. Warum muss mein Lehrer mein Blatt anlecken? Du ekelhafter. Ja, muss man meine Unterlagen mal durchgeben. Ja, gehen wir die Unterlagen durch. Ja, gehen wir in der Stadt, der Archipel. Baguette, in der Rue des Baguettes, in der Akzent-Circonflexe Graf. Ich bin Jesus und ich weiß nicht, ob Sie mit mir gehen wollen, mit mir heute Morgen? Wie die Stadt Kontadora oder St. Josef, Sie profitieren von großen Plägen aus der Arniente und der Bainiade. Das heißt... Rue de la Guerre, Arthur C'est un Perroquet. Auf der Ilse Chancé, dann kannst du, da gibt es herrliche Strände und du kannst hier baden, das ist touristisch aufgebaut und du kannst dem Farniente, dich dem Farniente hingeben. Also nichts mit Survival, sondern Badeschlappen, Badehose. Haha, wie kann man so eine Grütze haben, oder? Taucherbrille, Touristen. Ja, aber gut gesehen bei den ganzen Spots der Teilnehmer. Das war wirklich, das war astreiner Badestand, da ist alles für die Touristen groß vorbereitet, perfekt zum Tauchen, zum Baden, es ist wirklich... Also das sind wirklich Orte zum Urlaub machen. Hotel ist auch da, also alles was man braucht, um zu sein, aber nicht Survival war nix. Nee, das war nix. Haha, zusammen mit Fisch, ja, gute ausgewogene Mahlzeit, ne? Also, Essen ist da, Trinken ist da. Ich meine, der Knossi und der Joris, die haben es ja auf den Punkt gebracht, ja. Der Knossi hat gesagt, Wasserproblem gibt es keins, also wir haben genug Wasser. Das stimmt, das ist richtig. Dann ist das Überleben gesichert, mehr brauchst du nicht. Das sind die Kokosnüsse. Hast du Fruchtfleisch, hast du Wasser in den Kokosnüssen. Der Joris hat gesagt, der gibt Fische und Strimps. Ein anderer hat gesagt, der gibt Schnecken. Wissend, dass es wo Bambus sind, gibt es Bambus-Sprossen und Palmenherz. Bambus wurde dann nur angespielt, Thomas, aber vielleicht musst du nochmal nachrecherchieren. Ich weiß nicht, wie das auf deiner Insel mit Navity es hier Team 468 war. Es gibt eine ganze Palette von Früchten, die spiele ich mal ein. Ja. Oh, hier, ah, geil. Aber mal ein geilen Bild zu sehen vom Tommy hier. In Aktion. Die kenne ich tatsächlich aus Peru. Die in der Mitte hier. Die sind geil. Ja, die haben auch gegessen in Peru. Also, ja. Man wird auf dieser Insel nicht sterben, weil man kein Wasser hat. Und Leute, wenn man auf dieser Insel nicht sterben wird, dann ist es auch kein Survival. Also wirklich. ...Nahrung hat. Also, Überleben ist nie in Frage gestellt. Keine, zu keiner einzigen Sekunde dieser Präsenz dieser sieben Wilden auf dieser Insel ist ihr Überleben in Frage gestellt. Absolut nicht. Also, die arbeiten tatsächlich mit Netz und mit doppeltem Boden. Absolut. Und mit aller Absicherung noch hinterher. Absolut. Wenn sie da noch ein Backup-Team, das vermutlich im Hotel Hacienda del Mar ist. Richtig. Ein Schelm ist, wer Böses denkt. Aber Überleben. ...die sich dort den Arsch aufgerissen haben. Und dann gibt es Leute, die setzen sich vor die Kamera, machen die an und labern einfach nur gequirlte Scheiße hier rein. Kann man sich überlegen, auf welcher Seite man spielen will, ne? Leben? Ne. Sieht anders aus. Coconut! Also, wenn ich eins weiß, Freunde, das. Wenn ich eins weiß, das hier, was ich hier sehe auf YouTube, das hat für mich auf jeden Fall nichts mit Wild und mit Survival auch nur im Ansatz zu tun. Das hier kann ich euch sagen, was das ist. Das ist, ich sitze zu Hause in meinen vier Wänden im Warmen vorm Kamin und lasse mir richtig schön die Eier durchbrutzeln. Das ist es. Überleben? Ne. Sieht anders aus. Coconut! Coconut! Ich sag mal so, immer noch mehr zur Wahl war als Thomas Gast, also von daher. Für mich ist diese Staffel von Seven vs. Wild eine Komödie für Teenager. Ja. Für junge Menschen, die, ältere Männer teilweise, die einen auf Couch-Potato machen und solche Abenteuer sich von der Couch und mit Coca und Chips vorm Sofa aus anschauen, davon träumen vielleicht auch dabei sein. Es ist schade, dass es so viel verbitterter Menschen gibt, ne? Ich frag mich halt immer, wie sowas entstanden ist. Also, du musst dich ja auch bewusst dafür entscheiden, dann zu sagen, jetzt setze ich mich vor die Kamera und nehme dieses Video auf, um sowas irgendwie zu reden, ne? Was ist da in der Entwicklung irgendwann mal passiert, dass diese Menschen so frustriert sind, ne? Es tut mir dann auch irgendwie, manchmal tun die Leute mir auch leid, sag ich euch so, wie es ist? Weil ich meine, der Thomas ist richtig sauer. Dem geht's richtig schlecht dabei. Und das will ich natürlich auch nicht. Aber irgendwo, also entweder wurde da mal falsch abgebogen oder es ist der Stillstand. Ich glaube fast, es wurde nicht falsch abgebogen, sondern da ist, jemand sitzt fest in einer anderen alten Zeit. Für junge Menschen, für Teenager, die sich wirklich noch irgendeine Irre leiten lassen von den Medien, die noch nicht selber ein Ziel gefunden haben, die noch wirklich, die noch kein Selbstwertgefühl haben. Deswegen guckt man sich sowas an, um vielleicht ein Selbstwertgefühl zu finden. Absolut. Aber das ist ja auch was Schönes. Also wenn Leute kein Selbstwertgefühl haben, sich diese Serie anschauen und dadurch eins kriegen, ist ja mega. Das ist wirklich eine Komödie. Eigentlich wie Big Brother oder sowas. Eine klare Glasflasche. Und mit dieser möchte ich versuchen, auch ein bisschen was hinzubekommen. Der Joris hat ja eine Glasflasche gefunden. Und er drückt es jetzt nicht genau aus, was er damit machen will. Aber ist klar, entweder macht ihr die Sodys-Methode, die darin besteht, dass man eben Wasser in eine durchsichtige Flasche füllt. Man normalerweise nimmt man PET-Flaschen und die dann durch Sonneneinwirkung entkeimt, dass die Pathogene weg sind. Kann man dann trinken, mehrere Stunden wirklich in der Sonne lassen. Oder er zerbricht die Glasflasche, nimmt die Glasscherbe und reflektiert dann das Sonnenlicht auf eine trockene, auf irgendwas trockenes Zunder und macht... Ganz ehrlich, Leute, wenn ich diese Aussage höre, dass er sagt, man würde diese Glasflasche zerbrechen, um mit einer Scherbe im Sonnenlicht dort Feuer zu machen auf eine trockene Unterlage, dann weiß ich einfach, dass das hier einfach nur Laberei her ist und nichts mit der Realität zu tun hat und mit Survival schon mal gar nichts zu tun hat. Weil das ist so ein Bullshit-Gelaber. Wüsste ich nicht, wo er das her hat. Sendung mit der Maus oder was? Ach, damit Feuer. Das kann ich mir vorstellen. Ja, vorstellender Theorie, in der Praxis ist halt absoluter Bullshit, ne? Also wenn, dann lässt du die Flasche mal schön ganz, weil du nämlich die Wölbung brauchst. Aber du fängst sicherlich nicht an, diese Flasche zu zerbrechen. Geht. Habe ich beides probiert, geht optimal. Ja, ganz easy, super, klar. Musst du nur noch eine Kerze mit dabei haben und einen großen Scheid. Super. Joris, sehr gute Idee. Es wäre super geil, wenn ich an einem Fels jetzt irgendwo eine Stelle finde, wo es raus troppt aus dem Fels. Ja, hier sieht der Fritz Meinecke die Sache richtig, dass man eben das Wasser nimmt, das durch den Felsen sickert. Das ist relativ sauber. Das kann man trinken ohne Wenn und Aber. Ja, es gibt eine andere Methode, dass man eben 20, 30 Meter weg vom Meer ein Loch gräbt. Das Wasser sickert ein und die 20 Meter Distanz zum Meer, bis zu der Grube, die haben das Salz gefiltert. Das heißt, das Wasser, das da rein sickert in die Grube, ist trinkbar. Kannst du ja mal probieren. Wenn das Wasser bis an die 8 Meter Steilkante geht, dann kannst du dich oben in den Dschungel hocken. Dann kannst du erst mal 20 Meter in den Dschungel reingehen. Und von den 20 Metern in den Dschungel gräbst du erst mal ein 8 Meter tiefes Loch, was bis erst mal auf Wasserhöhe ist, weil du hast ja die Fels, die Steilklippe, die du ja erst mal wieder runterbuddeln musst, bis runter. Und dann buddelst du von da aus noch mal einen Meter, also ungefähr von der Dschungelkante oben, 9 Meter tiefes Loch. Und dann kommst du natürlich auch an Trinkwasser. Klar, hätte man auch machen können, logisch. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Es schmeckt noch leicht salzig und das kann man gut trinken. Wenn man jetzt so weit geht, dass man sagt, okay, ich nehme das Wasser aus einem Creek, aus einem Bach, dann sollte man, bevor man es trinkt, und da hat keiner der Kandidaten dran gedacht, zuerst mal 200, 300, 400 Meter Bach aufwärts gehen und schauen, ob da nicht ein Agutti, ein Tapir oder irgendein totes Tier, großes Tier im Wasser liegt, das dann diese Pathogene, diese Keime, die durchaus tödlich sein können, runterträgt. Und man die vielleicht nicht trinkt. Vielleicht liegt ja auch ein Menschkadaver dort. Man weiß das nicht. Ey, da kann kein Mensch. Leute, also guck mal, jetzt widersprechen wir nicht. Warum kann da kein Mensch liegen? Warum kann da kein Mensch liegen? Habt ihr aufgepasst? Richtig, es kann doch da keiner sterben. Es ist doch keine Wildnis. Es gibt keine Prädatoren. Es ist nicht gefährlich. Es ist für Touristen aufbereitet und vorbereitet. Es ist eine kleine Insel auch nur. Da kann ja gar kein Mensch liegen und sterben. Es ist ja faktisch nicht möglich, hat er ja gerade selbst gesagt. Ja, widerspricht er sich ein bisschen. Also, bevor du das Wasser nimmst, das von dem Bach kommt, erstmal flussaufwärts gehen und schauen, ob da kein Kadaver drin liegt. Und die Strecke, die du machen solltest, ist mindestens 400, 500 Meter. Gehen wir mal rein, speziell Palmen. Speziell Palmen. Wo du Palmen hast, da ist dein Überleben schon mal gesichert. Warum? Du hast in den Palmenkronen oben eine Stelle, wo die Palmen auseinander gehen, wo sie immer wieder nachwachsen. Da krabbelst du hoch, ziehst auseinander. Da würde ich Thomas Gast gerne mal sehen, auf so eine 20 Meter Palme hochklagseln. Das würde ich mir gerne mal angucken. Steckst deinen Arm rein und erholst du meine... Stimmt, aber er meinte doch auch, dass es da keine Tiere gibt. Also, welche Kadaver? Stimmt, das passt ja auch nicht. Es gibt doch gar keine großen Tiere, Kadaver und sowas alles. Ist ja alles nicht da. Ist ja eine Urlaubsinsel. Stimmt, stimmt, stimmt. Kann ja auch nicht drin liegen. Deswegen, gefühlte, also ich habe das sehr oft gemacht, eine gute Handvoll Werdepalmenwürmer raus. Die sind so dick wie mein Daumen, weiß, mit einem schwarzen Kopf. Ja, die bewegen sich noch. Ist ein bisschen ekel angehaftet, aber es ist unwahrscheinlich geil. Du nimmst dann diesen Palmenwurm. So geil, diesen Palmenwurm. Drehst den Kopf ab und saugst ihn auf. Das ist so geil. Und da ist Eiweiß drin. Da ist alles drin, was du brauchst. Da ist richtig schön Eiweiß drin. Du saugst richtig geil den Wurm aus. Proteine en masse. Und diese Palmenwürmer sind eigentlich mehr Raupen. Die kann man essen. Palme. Du kannst zum Beispiel hingehen und kannst zu Füße der Palme oder der Bambus, kannst du die, jetzt mal Palme, nicht Bambus, komme ich später drauf. Kannst du die Palme. Ja gut, ich will jetzt natürlich hier nicht irgendwelche krassen Theorietechniken aus irgendwelchen Büchern vorgelesen haben. Ich wollte hier irgendwie noch ein bisschen Feedback haben hier. Und kann schon sein, dass du da mental einen Nervous Breakdown bekommst. Ja. Ich kenne das. Glaub mir. Aber unter anderen Umständen. Ich glaube, der ist immer noch da, der Breakdown, wenn ich ehrlich bin. Unter ganz anderen Umständen. Aber du machst es. Ich bin bald. Das ist Big Brother. Das ist eine Komödie, was hier abgeht. Das hat auch mit Survival nichts zu tun. Leute. Leute. Ball. Otto. Oh. Kleiner Tipp von mir. Jetzt. Otto, hör mal zu. Lass dir doch mal von jemandem einen Tipp geben, der die härtesten Survival-Lehrgänge der Welt gemacht hat und nicht diese Firlefanz-Kinderkacke, die du da abgezogen hast. Also wirklich. Du musst auch mal auf The Master hören. Mensch, Otto. Wirklich. Die Kokosnuss, die würde dich nicht umbringen. Du bist auf Survival. Ja. Du hast schon so viele Hardcore-Survival-Lehrgänge mitgemacht. Ich denke jetzt doch nicht. Wenn du im Vorfeld behauptet wurde, dann stell dich nicht an, nimm das Ding und putz das weg. Du riechst an der vergammelten Kokosnuss, also sei ein Mann und frisst die komplette vergammelte Kokosnuss. Und wenn du danach den Durchfall kriegst und alles ausscheißt, dann scheißt du in die Hand und drückst dir die komplette Scheiße wieder ins Arschloch rein. Und dann hältst du das Ding zu. Denn wenn die Scheiße rauskommt, dann bist du schwach. Dann bist du unmenschlich. Unmännlich, wollte ich sagen. Unmännlich bist du dann. Die wird wieder reingestropft. Die schauen gerade gefühlte eine Million Menschen zu. Auch gerne mal elf Millionen. Nimm das Ding. Ja. Nimm das Ding, sei ein Volltrottel, verdirb dir den Magen, kotze die Seele aus dem Leib, scheiße die Mineralien aus dem Arsch und sei ein Volltrottel. Tu es. Weg damit. Und hier ist alles voll mit übelst heftiger Schnur. Äh, das hat ja gar nichts mehr mit Survival zu tun, hä? Da ist ja überall Fischerzeug angeschwült. Das hat ja nichts mehr mit Wildnis zu tun. Ja, Herr Meinecke, es ist alles voll Schnur. Ihr habt dort alles, was ihr braucht. Mit dem, was ihr findet, könntet ihr Rucksäcke füllen. Seven versus Wild. Sieben Männer und Frauen mit sieben Gegenständen. Ihr habt eine ganze spinnvolle Ausrüstung da. Nämlich der ganze Wohlstandsmüll. Der vom Meer angespült wurde. Das ist nicht euer Ernst. Das hat doch mit Überleben nichts zu tun. Männer. Frauen. Nee. Nee. So geht's nicht. Das geht nicht so. Das geht so nicht. Chat, ihr müsst auch mal ein bisschen mit aufachten. Wir hocken hier daheim auf dem Sofa und erwarten Survival pur. Und dann, was ist, ihr kriegt diese Scheiße geliefert? Wird da geliefert? Wirklich, gar nichts. Holiday. Ja, Holiday an Eis. Touristenzeug. Touristenzeug. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Da muss man, die Sache muss man dann schon ernsthafter angehen. Ja, das stimmt. Viel ernsthafter. Auch nicht immer Sachen ins Lächerliche ziehen. Ja. Ja. Wirklich Survival machen und kein Big Brother. Sollen wir eigentlich genauso Survival machen wie Thomas Gass bei sich entspannt in Schweden in seinem kleinen Häuschen vorm Kamin? Oder wie sieht Survival genau aus? Überall Schnüre, überall Netze, überall Plastik, Glas, Flaschen. Nee. Nee. Flipflops, Helme, Mützen, alles da. Ja. Ganz der spinnvolle Ausrüstung, Leute. Wir könnten da von Survival sprechen. Mensch. Mensch, jetzt wacht doch mal auf, Leute. Also wirklich. Da werde ich aber ganz wild, werde ich da. Die können nicht mal ein Bandmaß halten. So, jetzt werden wir mal wieder. Hahaha. 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 Ein bisschen ernst, aber das hält mir schon schwer, da ein bisschen ernst zu bleiben. Was keiner gemacht hat von den sieben und das hätte ich zuerst gemacht. Und zwar zuallererst. Hätte ich mir schön die Faust ins Arschloch gedrückt, Alter. Warum, weil ich es kann. Ich wäre mal ein paar hundert Meter weggegangen vom Strand. Ich weiß nicht, ob das die Regeln erlaubt haben oder nicht. Nee, ist verboten. War es angekettet wie ein räudiger Hund. Ich hätte es gemacht. Regeln hin, Regeln her. Ja, ich hätte wissen wollen, wo ich da genau bin. Ja. Das heißt mal 50, 100, 200, 250 Meter rein im Umkreis von 360 Grad. Naja, mehr Seite nicht, aber Landseite. Und zu schauen, wo bin ich überhaupt. Habe ich gemacht, Thomas. Habe ich gemacht, habe ich dokumentiert, gefilmt, wurde gezeigt. Aber anscheinend hast du dir die Serie nicht ganz angeguckt. Oder die Brille war auf der Stirn, ich weiß es nicht. Vielleicht mal aufsetzen. Gibt es da irgendwelche Gefahren? Gibt es da Menschen? Von Menschen geht ja die größte Gefahr aus. Weil gibt es Schlangen, Krokodile und so weiter. Gibt es nicht auf der Insel, Jaguar da auch nicht. Ja, und geschaut, wo bin ich? Wo sind Gefahren? Wo sind Wege, wo ich vielleicht abhauen kann? Wo sind Wege, wo es... Abhauen? Thomas, wo willst du denn hin? Abhauen. Was hast du denn vor? Wo willst du denn hin? Wo sich Menschen anschleichen können? Wo sind Kriegs? Wo sind Bäche? Gibt es vielleicht Nahrungsquellen, die ich jetzt so nicht auf dem Schirm habe, wenn ich nur am Strand bleibe und so weiter. Das heißt eine Erkundung des Geländes. Und das hat nicht stattgefunden. Chat hat nicht stattgefunden, oder? Habe ich nicht gemacht. Nee, hast recht. Nein, Chat hat nicht stattgefunden. Hallo. Das war alles Computer Graphic. Hätte ich zumindest erwartet vom Otto. Otto, hast du deine ganzen Reflexe verloren? Die sind lost in space. Ja. Otto, was ist eigentlich los mit dir? Wach auf. Wirklich. Wach auf. Du kommst da an den Strand, bleibst am Strand und wunderst dich über die Kokosnuss essen oder nicht und so weiter. Hast aber die Erkundung vergessen. Komplett. Der Soldatenreflex ist da weg. Ja, der Sek. Sicherheit zuerst. Wirklich, also Otto war einfach als Zivilist da. Peinlich für mich. Peinlich. Ach, und Frauen. Ja. Security first. Ja. Erst schauen, wo du bist, gibt es da Gefahren. Richtig. Hat keiner von euch gemacht. Hätte ich erwartet. Ja. Das wäre mein erster Reflex gewesen. Aber naja. Na ja. Da haben die Ausbilder zu euch gesagt, don't do stupid things. Shit. Aber das ist doch die Essenz vom Leben. Stupid things zu tun. Nee, so gar nicht. Weil wenn du dumme Dinge tust, dann bist du nämlich tot. Dinge zu tun, die sich ein bisschen aus dem Rahmen fallen lassen. Stichwort Palmen. Kokosnüsse. Ich spiele euch mal ganz kurz einen Film ein, wie man so ein Ding hochgeht. Das ist aber eine interessante Palme. Aha. Ja. Mensch, Tommy. 2 Meter. 2 Meter. Alter. 2 Meter Nadelbaum hoch. Da also. Puh. Da muss man wirklich auch mal jetzt hier. Wirklich top. Also. Wow. Da kann man auch mal klatschen. Okay. Vielleicht waren es 2,50 Meter. Vielleicht waren es 2,50 Meter. Fehlen nur noch 18 Meter ungefähr. Ja. Ungefähr 18 Meter. Und ich sag mal so, die Beschaffenheit einer Palme, gerade wenn es regnet und nass ist, die großen Hülle, ist ungefähr gleich mit so einer, was ist das, Fichte, Fichte müsste es sein, ist ungefähr gleich. Ja. Tatsächlich. Holt euch die Liane von den Bäumen. Liane habe ich gesehen im Film. Ich weiß, dass dort Lianen sind. Na klar. Ziehst an, ziehst an, ziehst an. Pop. Dann kracht die ab, hast du 20 Meter Liane. Dann machst du so einen Ring, legst es mehrmals, 4 oder 5 Mal zusammen, flechtest es ein bisschen wie einen geschlossenen Ring. Ja, wissen wir alles, brauchst du ja nicht erklären. Für die Füße, randspringen am Baum, hochkrabbeln 7 Meter, Messer dabei, Machete habt ihr alle und dann die Kokosnüsse runterholen. Und wenn die Ausbilder gesagt haben, nee, mach das nicht, stupid things, naja, man kann im Leben immer alles machen, was andere sagen, man soll es nicht machen. Aber man hat auch einen eigenen Kopf, ja, eigene Ideen. Und, äh, wenn du immer brav auf der Schiene bleibst, don't do it, oder was man macht oder was man nicht macht, dann bist du selber schuld. Ich hab da mal im Französisch Gujarat. Es ging ja nicht darum, nicht nicht zu machen, sondern es ging darum, keine dummen Sachen zu machen. Und wenn man sich das zutraut, eine 20 Meter Palme hochzuklettern, weil man die Techniken beherrscht, dann zählt das nicht unter, äh, stupid shit. Liane hat eine Klapperschlange gefangen, die gibt's tatsächlich, es gibt tatsächlich Klapperschlangen im Französisch Gujarat. Nein, gibt's nicht. Wirklich, gibt's nicht. Ich war mal in Frankreich. Kein Witz, real slow. Ich war in Frankreich im Disneyland. Ich glaub, ich war sechs oder sieben. Ich hab das von meiner Oma geschenkt bekommen. Da übrigens auch der Winnie-Pooh, der mir geklaut worden ist, her. Äh, Frankreich. Französisch Gujarat. Also Französisch Gujarat ist ja quasi, zählt jetzt Frankreich, kannst du mit Euro bezahlen, bis in den wenigsten. Äh, Frankreich, Französisch Gujarat ist im Endeffekt das Gleiche. So, das ist wie mit der, äh, ne, was er da meinte mit der Isla und so. Ähm. Beides Frankreich, beides Französisch. Und da gab es, kann ich aus eigener Bezeugung, keine giftigen Tiere, keine Prädatoren. Ich war selbst mal an der Normandie-Küste. Ich hab keine Schlange gesehen. Also ich weiß nicht, was er jetzt hier versucht, wie er versucht, den Zuschauer zu täuschen mit seiner Klapperschlangen-Story. Aber im Disneyland Paris habe ich keine Krokus gesehen. Ja, und Leute, das liegt auf dem gleichen Breitengrad. Disneyland und Französisch Gujarat, ungefähr gleicher Breitengrad. Es ist ungefähr gleiche Größe, äh, kann man schon miteinander vergleichen. Ja. Obwohl man mich belehren wollte, es gäbe keine, ich hab's ja seltsam gesehen. Nein, ha, Tommy, es gibt da keine, glaub mir. Ich hab's selbst gesehen in den Augen. Nicht nur eine, sondern sehr viele. Nein. War wohl ein kleiner Traum. Und die Klapperschlange, die haben wir enthäutet, also Kopf ab, immer zuerst den Kopf ab, Haut abgezogen. Und das Fleisch haben wir dann gegessen. Das sind so Sachen, die traue ich keinem Kandidaten von Seven vs. Wild zu. Ja, und in Gabun, in Lambarene, ja, hab ich Krokodil gefressen. Alte Sumpfkrokodil. Da gibt's keine. Kann ich euch aus Erfahrung sagen. Wie gesagt, ich war selbst mal in Frankreich. Schmeckt nicht so gut. Aber keine Angst, Sascha. Auf der Insel gibt's das Krokodil nicht, von dem man euch erzählt hat. Oder es gab's mal vor 100 Jahren. Aber Krokodil ist nicht mal so schlecht. Man weiß, hier ist ein riesen Salzwasser-Krokodil unterwegs. Ja, zur Nova kann ich sagen. Nova, du machst das richtig gut. Du machst da kein so ein jämmerliches Gelaber wie einige andere Kandidaten. Oder wie zum Beispiel ein ganz bestimmter Kandidat. Du beklagst dich nicht, du laberst nicht rum, du eierst nicht rum. Das ist mir auch aufgefallen tatsächlich, ja. Du machst dein Ding ohne viele Worte. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut, optimal, ja. Du kannst du einigen Männern da durchaus ein Vorbild sein. Mach weiter so und du schaffst das. Wenn du diese Linie weiterfährst, ohne Gelaber, ohne Geheule, dann schaffst du das, ja. Ja. Dass die anderen heulen, aber das ist nicht dein Ding. Du packst das. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass in Folge 2, wo es quasi nur um Erkundung ging, überhaupt jemand irgendwie gejammert oder geheult hat. Er reagiert auf Folge 2. Ja. Enttäusch mich nicht, Nova. Ah, okay. Knossi war am Sterben nach der Anlandung. Ja, okay. Das meint er vielleicht, ja. Ey, wenn ich euch sage, dass sie wirklich jedes... Ich glaube, hier sehen wir sehr gut, warum Thomas Gast Fan von Nova ist. Ist nur eine Vermutung. Ich meine, der gute Herr wollte sich ja mit den zwei Ladies auch mal privat treffen, so wie ich das in der einen oder anderen Reaktion vernommen habe. Mit den Augenzwinkern. Das Filmchen jetzt wirklich, ich bin zur Hälfte durch und ich habe da kein Element gefunden, kein Teil gefunden oder keine Gefahrenquelle gefunden, wo man sagen kann, das könnte für einen oder für alle Kandidaten gefährlich werden. Gar nicht. Gar nicht. Nein. Gar nicht. Ich würde sogar sagen, die Insel ist zu vergleichen mit St. Tropez oder Miami Beach. Also Thomas, ich will dir jetzt wirklich nicht zu nahe treten. Doch, passt 1 zu 1, Chad? 1 zu 1, wie Miami Beach? Okay. Ich hätte gedacht, es ist doch schon, aber nee, es passt, ne? Nur, dass man die Hotels so nicht sieht. Gibt ja nur eins. Na, okay. Aber ansonsten, haben los. Ich nehme erstmal auf jeden Fall die guten PET-Flaschen mit, falls es anfangen sollte zu regnen, dass ich da schnell was bauen kann. Und dann hätte ich mal eine Frage an Fritz. Sehr gern, die beantworte ich. Da freue ich mich jetzt drauf. Da freue ich mich. So, du kannst mich alles fragen, was du möchtest. Wir können ja wieder einen locker, luftigen Talk zu machen. Ich hätte vielleicht auch so einige Fragen tatsächlich, aber ich traue mir, die gar nicht zu stellen. Du hast am Anfang eigentlich den harten Max markiert. Ich nehme nur eine Machete mit und ich trage vor Richtung. Ja. Also harten Max habe ich nicht noch markiert, aber ja, ich nehme da ein Gegner mit, ja. Dann hat man dich plötzlich im Regencape gesehen und dann hast du irgendwann das Seilknäuel und den ganzen Luxusmüll, der da angeschwemmt wird. Ja. Was ist denn jetzt aus Survival nur mit einer Machete aller Neberg? Da war wohl nichts. Doch, das ist genau das, was du gesehen hast. Weil die anderen, äh, die Müllflaschen und, äh, die Schnur habe ich ja vor Ort gefunden. Also die lagen ja da rum. Äh. Ah. Bin ich nicht einverstanden mit. Das ist nicht ehrlich. Ja, okay. Ich hätte den Müll nicht aufheben dürfen, ne. Ah, du darfst dich nicht nehmen. Das ist kein Survival. Warte mal, das können wir aber aufschreiben jetzt mal, ne. Das ist, glaube ich, das Learning, was wir wirklich aus der Folge jetzt mal mitnehmen. Dass wenn ich jetzt quasi, also wenn man in der Überlebenssituation ist, keine Ahnung, ich sag mal, Flugzeugabsturz, Klassiker beim Wandern verlaufen, äh, irgendwie verunglückt oder was. Du darfst aus, hab ich, ich fasse mal zusammen, ihr sagt mal, ob es richtig ist. Man darf ausschließlich natürliches Material nehmen. Alles andere, was irgendwie von Menschen hat geschaffen ist, sei es Müll, irgendein Ausfluss, den man dabei hat, Rucksack, die ist verboten, ne. Nahrung auch nicht nutzen. Ah, okay, das Oggerteam hat den Müll da platziert. Alles andere ist kein Survival, okay. Also nur natürliches Material, nur natürliches Material, sonst kein Survival. Ähm, in Klammern, vor allem kein Müll. Und kein Regencape? Kein Regencape, ne. Ach so, okay, okay. Also Regencape auch wieder kein Survival. Okay, okay, okay. Ich bin auch ein Typ, der dazulernt. Ich kann's ja nicht wissen. Ich wusste nicht, dass tatsächlich Regencape, ähm, ähm, dass das verboten, also dass das dann kein Survival ist. Ja, das ist nicht ehrlich. Naja. Das tut mir leid. Und dann hätte ich zumindest so viel Eier gehabt und gesagt, ne, ich nehme von dem, was da ist. Das Ding ist, ich hab halt leider keine Eier. Ich hab so einen richtig leeren Hodensack, wie so ein Truthahnhals, aber da ist nichts mehr drin, weil ich so viel unehrliche Aktionen gemacht habe und den Leuten so viel Scheiß vorgaukel, der natürlich nichts mit der Realität zu tun hat, dass mein Hodensack wirklich komplett nur, also da ist nichts drin, so. Ja. Das ist nur so ein Hautlappen, der da runterhängt. Ich hab nur meine Machete und dabei bleibt's. Ein Mann, ein Wort. Ja. That's the point, Fritz. Also im Resümee würde ich sagen, ich sag's nochmal, ich bin sehr enttäuscht, die Kandidaten haben Trinkwasser, die Kandidaten haben Fische, die haben Sprünks, die haben Kokosnüsse, die haben Palmenherzen, die haben Bambussprossen. Gefahren. Was für Bambussprossen? Eigentlich, was erzählt die ganze Zeit von Bambussprossen? Auf dieser Insel wächst kein Bambuss, das ist Bambuss, der angespült worden ist. Gibt's keine? Bin ich sehr enttäuscht, mal schauen, was im dritten Teil oder in Folge 3 kommt. Aber wenn's so weiter geht, guck ich mir 4, 5, 6 und so weiter gar nicht an, weil... Doch, Tommy, wirst du machen, weißt du auch warum? Weißt du, warum du's dir angucken wirst und Videos dazu machen wirst? Könnt ihr mal kurz gucken. Folge 2, ne, hier, Folge 4 ist hier noch drin, dann haben wir Folge 6, Folge 5 haben wir auch noch angeguckt, hier, Folge 7 haben wir noch angeguckt, Folge 8 haben wir noch angeguckt, Folge 9 haben wir noch angeguckt, Folge 10 haben wir angeguckt, ne? Hier, Staffel 3, mein Vorschlag, noch ein extra Video dazu, Folge 12 haben wir angeguckt. Tja, Tommy, hat wohl nicht ganz so... Also, ich sag mal so, Tommy, ein Mann, ein Wort, was ist da los? Warum hast du's dir denn alles angeguckt? Bis zur aktuellen Folge mit extra Videos. Tobi, du hast mehr Videos auf deinem Kanal gefühlt zu 7 vs. White gemacht, als überhaupt Folgen bei der Hauptserie gibt. Schmeckt der CPM oder was? Funktioniert's? Freust du dich über die Klicks? Es ist kein Problem, die Klicks kannst du gerne auf meinen Nacken machen. Es freut mich, wenn du dir darüber einfach ein Brüchen dazu verdienst und dir vielleicht ein paar Holzscheite für dein Haus in Schweden mitkaufen kannst. So, ist doch schön. Denk einfach an mich, wenn's schön warm ist in deinem kleinen Häuschen da oben und ich hoffe, du hast einen wunderschönen Winter. Das macht keinen Sinn. Ich bin Gönner. Ich bin Gönner und Geber, Herr Gast, und deswegen gerne so. Survival erwartet. Ich denke, die Zuschauer auch. Und fand nicht statt. Ach so. Herr Gast ist das, der mir diesen Haifischflossen abschneidet und so. Ein Schelm, wer Böses denkt. Also Leute, no coffee, no worky. Mal einen Schluck Kaffee und dann komme ich doch nochmal ganz kurz zurück. Okay. Denn ich habe eine Entscheidung getroffen hier. Okay, jetzt bin ich gespannt. Thomas Gast kommt nach Deutschland und sticht mich ab. So ein Ding wird das. Hab jetzt drüber nachgedacht und das war heute die letzte Reaction, die ich persönlich mache auf Seven vs. Wild. Du kannst es dir nicht ausmalen. Weil ich das Ganze für den Kindergarten halte. Okay, Alter. Wie kann man sich selbst so hart in den Arsch penetrieren? Ey, jetzt mal wirklich. Das geht doch gar nicht. Das ist doch gar nicht schaffbar. Ich wollte auch Survival Reaction machen. Reaction Movie machen. Irgendwie auf was Wahres, auf was Reales. Ein Mann, ein Wort, wirklich. Thomas Gast, sehr männlich. Wirklich. Einfach mal eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung aber auch mal strikt durchgezogen. Einfach auf jede weitere Folge reagiert und zusätzlich noch extra Videos gemacht. Aber das was hier abgeht, das ist nichts für mich. Das ist nicht mein Niveau. Es ist genau dein Niveau, Thomas. Es ist genau dein Niveau. Du weißt genau, wie der Hase läuft. So ein Ding ist das. Mein Level und der Meineke und die Community vom Herrn Meineke, die können froh sein. Oh. Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Ganz klar. Weil das tue ich mir nicht mehr an. Das ist nicht mein Niveau. Das ist nicht dein Niveau. Wir gucken nochmal rein. Wir gucken nochmal rein. Ah. Fremden Legionär reagiert auf Samverse White Folge 12. Fremden Legionär macht Vorschlag für Staffel 3. Fremden Legionär reagiert auf Folge 11. Auf Folge 10. Auf Folge 9. Auf Folge 8. Ein Mann, ein Wort. Auf Folge 7. Und wie geht es weiter? Hier. Was haben wir noch? Auf Folge 6. Auf Folge 5. Auf Folge 4. Auf Folge 3. Ach. Herrlich. Tobi. Mensch. Da hast du uns aber jetzt hier nochmal ein schönes Abschlusswort beschert. Geil. Also. Spätestens nach der Aussage kann ich dich wirklich so gar nicht mehr vervollnehmen. Es ist einfach nur noch ein absoluter Kindergarten. Geil. Aber ich glaube, ich werde mir jede einzelne Reaction von dir reinziehen und mich köstlich drüber amüsieren. Kuss auf die Nuss. Dein Fritz Meinecke. In Liebe. Ich melde mich ab. Tschüss. Bye bye. Tut mir leid für Sascha und für Otto. Aber da müsst ihr jetzt durch. Ja. Sascha und Otto sind wirklich sehr, sehr traurig. äh, als sie das Video gesehen haben, dass der Gast nicht mehr auf Sam vs. White reagiert. Ähm. Ich hab, die haben das ja damals auch gesehen, hab wirklich weinende, weinende Sprachnachrichten von den beiden bekommen. Weil die waren am Boden zerstört, dass The Master of Survival nicht mehr auf Sam vs. White reagiert hat. Und ich glaube, die haben danach nochmal ein Gespräch geführt, tatsächlich. Und vielleicht hat er sich da nochmal umgestimmt. Ach, herrlich. Freunde, herrlich. Daumen nach oben. Für so eine Comedy-Veranstaltung gibt's noch einen Daumen nach oben. Herrlich. Ich bin dann mal weg. Guck mal, hier. Hashtag Sam vs. White. Hashtag Fritz Meineke. Ich bin dann mal weg. Ah, nee. Es ist wirklich ein Comedy-Verein.